Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Das ist ein kleines Infovideo, warum in der letzten Zeit einfach nicht so viele Videos auf meinen Kanal kommen. Und zwar möchte ich gerade eine Weiterbildung zum Wirtschaftsfach mitmachen und da ich auch noch nebenbei arbeite, kommt jetzt YouTube einfach ein bisschen kurz in letzter Zeit. Ich weiß auch noch nicht genau, wie es mit dem Kanal weitergeht und in welcher Form. Minecraft Prehistorik, da sind wir alle bemüht, auch wenn Silas, Gibi und Sabi momentan auch nicht so viel Zeit haben, dass wir das weiterführen. Alles andere steht in der Schwebe, wie und in welcher Art es hier weitergeht. Vielleicht kommt noch ein neues Minecraft Projekt, ich weiß es noch nicht. Es werden definitiv vielleicht teilweise nur zwei Videos in der Woche kommen, also das kann echt passieren. Ich werde bemüht sein, dass es drei, vier werden, aber ich kann es nicht versprechen. Ja, das war es eigentlich auch schon so viel dazu. Ihr werdet mich aber auf jeden Fall auch noch bei anderen finden, denn ich spiele ja auch noch mit anderen und nehme auch mit anderen auf. So ist es ja nicht. Das werde ich auch weiterhin tun. Es macht zu viel Spaß und das ist auch, man muss auch neben der Arbeit und neben dem Lernen mal ein bisschen abschalten. Ja, und das ist natürlich, wie ich gerade eben erwähnt habe, in erster Linie immer Silas, Gibi, Sabi, die ist ja schon seit am Beginn da so eine kleine Minecraft Gruppe ist. Aber am allermeisten zu finden bin ich momentan bei Slow Mo und den Kanal verlinke ich euch. Ich verlinke euch alle Kanäle, die ich jetzt sage, wo ich auch zu finden bin. Und schaut bei ihm gerne vorbei. Wir machen Creativerse, Asmophobia, In Silence, Sign of Silence, Labyrinth und, 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 und. Es werden auch noch mehrere werden. Und dann gibt es da natürlich noch Hadi. Er bringt zwar jetzt auch nicht so viel auf seinem Kanal, weil momentan auch Real Life richtig über ihn rübergekracht ist. Aber dort werdet ihr vor allem Sabi und mich auch immer wieder mit ihm finden. Slow Mo ist natürlich auch dabei auf Geisterjagd, das ist ihr ganz klar. Ja, genau. Den verlinke ich euch natürlich auch. Ja, dann auf jeden Fall Marito Casito. Dort habe ich ja ein kleines Dörfchen übernommen auf seiner kleinen Minecraft Welt mit der lieben Sophie, mit der ich auch immer wieder aufnehme. Genauso wie Scully, der hat in der letzten Zeit auch wenig Zeit gehabt, aber mit dem wollen wir auch noch auf Geisterjagd gehen. Und Among Us wird sicherlich auch mal wieder bei ihnen kommen. Ja, dann war es eigentlich soweit, mit denen ich aufnehme. Dann gibt es noch die Dreiergruppe um Woofchick, Scully und Nick. Dort bin ich in den Streams auch immer wieder. Gerade Woofchick und Scully, Asmophobia. Also da kann es auch mal sein, dass wir uns treffen. Und dann werde ich euch noch ein paar andere Kanäle unten verlinken, bei denen ihr auf jeden Fall vorbeischauen könnt. Dort gibt es immer coolen Content, lustigen Content. Und ja, da ist es dann auch zu schmerzen, dass ich nicht immer da bin. Ja, nee, in diesem Sinne brauchen wir gar nicht länger drüber reden, würde ich sagen. Das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Irgendwas wird schon noch kommen auf den Kanal, aber ich muss erst mal gucken, wie viel Zeit das jetzt in Anspruch nimmt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei den anderen. Schaut da gerne vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Tschüss. I love you. Bye-bye.